Hallo und herzlich willkommen hier zurück am Stiesl bei den Weppies mit mir, dem Chris. Und heute gibt es den Klassiker, Counter-Strike-Sauce. Let's go! So, der ist uns ja beinahe ein bissel angegriffen, he? Ei, omei, omei, das war ja äußerst schwach von dem Herrn, ja. Ich komme um die, äh, laut. Äh, jup. Die laufen natürlich da gut, weil es schlecht ist, wie kommen wir ab. Alter, es war nicht mein Kill. Ja, da ist etwas. Ah, 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 da müssen wir aber arbeiten. Ja, da müssen wir auf dem Fuhlein gehen. Boom! Headshot! Jup! 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 Übrigens den Zwischensprung sollte man mitnehmen. Ich meine nicht, dass die Manns-Army macht, weil die totaler Amateur bin. Ähm, sollte man den Sprung nehmen, ohne da aufzufedern, verliert ungefähr 25 von seinen Hit-Points. Tja. Mr. Air Brazilian-Style Expendables! Ja, das ist für mich. Ich bin dran. Los! Ja. Highlight, ich bin dran. Und ja. Ska, kommt rein. Auch hier seid ihr zu acompan! Wer sind die jetzt? Ich bin dran, woher die ganze Feuerwehr ist. Und die Musik sind am Ende. Nein! Meine Herren, hey! Meine Schlechtesbringst. Ah ja, wir haben das Licht an. So, wir laufen, 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 laufen. Ich muss mit 15 AP. Und jetzt sind wir ready! Ready to take up! Come on, DUDE! So, wir müssen wegschwitzen mit einer... mit einer Wurstfinger. Und jetzt sind wir ready! Ready to take up! Come on, DUDE! So, wir müssen wegschwitzen mit einer... mit einer Wurstfinger. Oh, genau! Oh, Gott! Ai, 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 du! Meine Herren, hey! Das ist das geilste Play, da hinter dem Felsen zum Schwitzen, wenn die ganzen Maden, weißt was was ich meine, gibt er halt ihm, gibt er halt ihm, er ist der Sweater der Nation, er sieht ihn, ich hab ihn ja nicht gesehen, oh, haha, oh nein, ja, ich hab die Bombe, der Bomb ist on me, oh, der war One-Shot, dude, so, dann gehen sie rum mit dem neuen Glück, steigen sie ein, wir machen Tempo, 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 ah, mal nicht abgekappt, jetzt sind gut, Mensch, Cristiano, hat er wieder der Bombenträger da oder was, ja, so, haben wir nicht mit den Fragger da oder was, oder was er hier los, Come on boys. Leck mich am Arsch, du, ey! Muah, du, mucho, gracias! Alter, wie fokussiert er sich, boah! Mann, ey, der schießt hinter mir! Und der siegt nix, der blinde Schwanz! Meine Herren, du, ey! Ganz so lange ist er das scheiß Ding dazwischen, der hittet ned voll. Ja, das ist so cool! Come on! Oh, du sick am sweatin Alter, wir haben mitschossen, so haben wir kapiert den, oder was? Ah! Jetzt gibt's mal den 2nd Desert Eagle Action, meine Besten! Desert! Eagle! Woo! 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 Erste Geil über sick macht, yo! Da läuft ihm ja rein, der Geil! You have to cry, baby! Oh, jetzt macht er sie! Da 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 Warte, jetzt wollte ich grad sagen, wer... Na, oder? Ja, lol! So, meine Lieben, das war's hier bei dem Web, mit der Runde Counter-Strike-Source. Da oben ist noch ein Video zum Anschauen, und das geht natürlich immer so weiter, über Kommentare, Likes und Empfehlungen, was wir vielleicht besser machen könnten, da haben wir uns richtig freier, danke, macht's gut, haut's rein, ciao, servus!